Welche Qualitätsaktie am besten in Ihr Depot passt, hängt von Ihrer Anlagestrategie ab. Deshalb haben wir den Aktienfinder Qualitätsscore entwickelt. Der Qualitätsscore zeigt, wie gut eine Aktie für die drei geläufigsten Anlagestrategien geeignet ist und reicht von 0 für den schlechtesten Wert bis 10 für den bestmöglichen Wert. Sie finden den Qualitätsscore direkt im Screener in der Spalte Qualitätsscores. Die erste Zahl vor dunkelblauem Hintergrund gibt an, wie gut die Aktie für die sogenannte Dividendenertragsstrategie geeignet ist. Bei dieser Strategie suchen Sie nach Aktien mit hoher und zuverlässiger Dividende. Die zweite Zahl vor hellblauem Hintergrund gibt an, wie gut die Aktie für die sogenannte Dividendenwachstumsstrategie geeignet ist. Bei dieser Investmentstrategie suchen Sie nach zuverlässigen Dividendenzahlern mit hohem Dividendenwachstum. Die dritte Zahl vor grünem Hintergrund zeigt, wie gut die Aktie für eine Gewinnwachstumsstrategie geeignet ist. Bei der Gewinnwachstumsstrategie ziehen Sie auf Qualitätsaktien mit Potenzial auf hohe Kursgewinne ab. Jeder Qualitätsscore berechnet sich anhand diverser Kriterien. Für die jeweils ausgewählte Aktie werden die Kriterien transparent angezeigt. Fahren Sie zudem mit dem Mauszeiger über das jeweilige Kriterium, um im Tooltip noch mehr Details zu erfahren.